So Leute, da bin ich mal wieder mit einem kleinen Info-Video und ihr seht schon rechts, der Namer Cup beginnt in 50 Minuten. Also alle, die gerade wirklich Zeit haben, da teilzunehmen, nehmt einfach daran teil. Ihr bekommt nämlich kostenlos ein Emoticon für mal gerade 8 Punkte. Und 8 Punkte sollten wir diesmal eigentlich easy hinkriegen. Also es gibt mal wieder was, was wirklich jeder erreichen kann. Weil wenn wir uns mal die Punktevergabe angucken, zack, 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 8 Punkte, damit müsst ihr eigentlich nur 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Einmal unter die Top 20 kommen, schon habt ihr die Punkte. Also ohne Quatsch, nutzt die Zeit, das Turnier fängt um 18 Uhr an, heißt in 50 Minuten. Also ich denke mal, da sollte eigentlich jeder zuschlagen und sich einfach das kostenlose Emoticon abholen. Und ich weiß aber ganz ehrlich noch nicht mal, welches es ist. Aber Siegerkreise, wir werden es dann sehen. Aber ich denke mal, holt euch den Graben einfach mit. Ist doch ein Solo-Turnier, kein Duo oder Trio, wie man es kennt. Und dann würde ich sagen, gehe ich jetzt gleich auch noch live. Für alle die, die wahrscheinlich schon sehnsüchtig warten. Aber ich mache erstmal meine Rettet-die-Welt-Sachen, dass ich da noch ein bisschen Biwax bekomme. Und dann werde ich halt natürlich auch den Neymar Cup spielen, zumindest ein, zwei Runden. Und dann denke ich mal, werden wir auch in die Custom-Games gehen. Also wenn die Bock hast, auf Custom-Games auch gerne vorbeikommen. Und in dem Sinne, wie gesagt, sollte nur ein kurzes Infovideo sein. Ihr werdet ganz einfach die Punkte einsammeln. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein. Bis zum nächsten Mal.